hallo und grüße zu einer neuen folge von space haven hier auf bildpunkt wir sind es dabei das schiff hier ein bisschen unter die lupe zu nehmen sagen wir es mal so haben aber die piraten so kleines bisschen im nacken sind hier mal aufpassen so dass ich mal gespannt ach da ist gleich so ein ok das aber erledigen können sind wir noch halbwegs glimpflich davon gekommen ich glaube es erwartet gleich wieder so ein vieh hier ist das vieh das hier muss muss sofort weg ok hier ach du heiliger gucken wie es hier aussieht wir müssen noch bis auf den sauerstoff aufpassen ja ok schneller hier Sauerstoff wird knapp. Oh, wir haben es geschafft. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht eine Hyperschlafkammer finden, war leider nicht der Fall gewesen. Aber wir gucken, was wir hier alles kriegen können. Wir nehmen natürlich das hier mit. Das eine Wasser bräuchten wir theoretisch nicht. Das auf alle Fälle hier. Die Energiezelle auch. Das Essen nehmen wir auch mit. Die Früchte auch. Hat sich eigentlich doch trotzdem gelohnt. Auch wenn ich mir mehr erhofft hätte. Die Jena, Jenna. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie zu schwer verletzt ist. Mal gucken. 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 Das ist eigentlich im Moment nicht Operations Stopp Hier Nein, Stopp Die Prioritäten Machen wir es mal so Andere Sachen haben es hervorragend Zum Beispiel das Schiff ausräumen Ich glaube das kostet uns auch viel Energie Immerhin drei Leute Sammeln jetzt ein Und wir werden hier den Infrascript Mitnehmen Damit wir uns hier etwas herstellen können Wenn nicht dann Die Aliens dazwischen kommen Also die Aliens sage ich schon die Piraten Ein bisschen Platz haben wir ja nachher Wie haben wir den jetzt noch geholt Noch ein bisschen Okay So Oh, Wasser müssen wir auch wiederholen Also Seit dem Update verbrauchen wir wesentlich mehr Der Verbrauch ist wesentlich schneller und höher Als vorher Und Jury dann Hör doch auf Hier das hier zu machen Das brauchst du jetzt nicht machen So Mal gucken Ob das jetzt sein lässt Ne Das sieht nicht so aus Haben wir jetzt eigentlich alles geholt Ne Noch gar nichts Oh Wo sind wir denn jetzt hier 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 Wieso hängst du jetzt hier fest Oder ist es ein Bug Kann das sein dass es ein Bug ist Okay Dann halt so Jetzt ist sie wieder da dran Wo gibt es denn sowas Du sollst doch nicht Du brauchst es nicht Du sollst doch nicht Vor allen Dingen Die soll das nicht machen Wozu Ich mach es mal so Machen wir es mal so Übersehe ich Hupala Übersehe ich hier gerade was Weil jetzt liegt es darin weil jetzt die hier Unterwegs sind So ganz habe ich es nicht verstanden Aber ganz Helden Weiß ich nicht. Ihr Infra-Vlog und Tech-Vlog bitte noch. Die wären mir noch wichtig. Und das Rest noch? Ja. Was ist mit dir? Bist du hungrig? Na, dann ess was bitte. Und gutes Nächte. Ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen Salvage machen. Irgendwas Crepe holen. Und wir müssen uns um Eis und Energium kümmern. Hupala, nicht soweit. Energium haben wir hier. Eis haben wir. Einen herzlichen Glückwunsch. Gar keins. Das heißt, wir werden hierhin fliegen müssen. Oder? Ja. Also das Energium, das holen wir uns noch. Das hier. Oder? Ja. Das Schiff haben wir jetzt hier nicht gesehen. Hier die Schiffe. Ne, doch. Das Schiff. Irgendein Schiff haben wir doch erst nicht gesehen. Da ist jetzt auch egal. Da ist jetzt auch egal. Wir haben erstmal hier, was wir wollten. Da werden wir auch jetzt die Infra Block jetzt auch nicht weiter benötigen. Ich schlage vor, wir fliegen. Obwohl doch, wir brauchen. Wir brauchen einen größeren Generator. Ah, das Wasser. Ne, wir holen jetzt erstmal das Energium hier. So. Stopp. Dafür müssen wir... So. In der Hoffnung, dass wir den Piraten weiter aus dem Weg gehen können. Wir jumpen einmal. Die Piraten sind jetzt hier. Wo fliegen sie hin? Okay, sie fliegen weiter. Das ist gut. So. Fünf. Na ja, besser als nix. Wo sieht es hier aus? Handel. Ah, die haben hier Carbon. Wasser auch. Wasser haben wir noch ein bisschen. Stopp. Wir holen das Energium und verschwinden dann. Das Problem ist, wir brauchen nämlich dann vier für unsere Hyperschlafkammern. Oh, haben wir schnell geerntet. So wie es aussieht. So. So. Jetzt haben wir wieder sechs. Sehr schön. Und. Ich hoffe mal, der fliegt jetzt nicht hier hin. Ich befürchte es aber. So. So, sind wir reali. So, mal gespannt jetzt. Ich denke mal, der fliegt hier hin. Noch nirgends? Wollen wir drum herum fliegen? Der bewegt sich nicht. Jetzt so. Ok, jetzt können wir hin. Haben wir jetzt ein bisschen rumgetrupst, könnte man schon sagen. Aber ich springe jetzt hier hin. So schlafen alle. Ja, da schlafen sie alle, sehr schön. Deploy. Wieder mal schauen, wo wir hier gelandet sind. Keins mit Wasser. Na achte Schreck. Der wäre gleich hier weiter fliegen müssen. Aber hier wäre Carbon. Und wir haben auch nur einen Piraten. Wir haben hier aber viele Schiffe. 1, 2, 3, 4. Interessant ist es ja. Wir müssen aber weiter fliegen. Wir brauchen Wasser. Synergium können wir sein lassen. Wir gucken mal ganz schnell. Essen haben wir jetzt eigentlich genügend. So. Wir brauchen Wasser. Die Schiffe würden mich alle reizen. Aber ohne Wasser nix. Schiffe. Oder weniger. Die springen hier hin. Die Probleme sind jetzt auch hier in so einer Ecke. Wir müssen dann wieder zurück. Auch wieder. Und dann hier. Und dann hier so langsam im Kreis. Das ist ein bisschen gefährlich wie ich finde. Wieso hat Sherry denn keine Hyperschlafkammer? Oh nein. So jetzt aber. So. Jetzt hat er. Was? Wo wir überall hinspringen, nur für ein bisschen Wasser? Oder wie soll das Eis? Was hat er gesagt? Bleu. Uff. 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 Kein Wasser. Gibt es da schon beide da gar nicht. Müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt ernsthaft hier alles zurück. Und dann hier lang. Aber da lassen wir so viel liegen. So viel. Wir brauchen aber das Wasser. Ich würde mir auch gerne die Schiffe anschauen. Hier. So viele Schiffe. Ich meine. An ein, zwei Schiffe wird auch Wasser sein. Davon abgesehen. Aber wir brauchen gerade sehr viel Energie auch. Fliegen wir jetzt wieder zurück? Oder schauen wir uns wenigstens mal ein Schiff hier an? Okay. Wir schauen uns wenigstens ein Schiff an. In der Hoffnung, das bringt uns was. Und ich habe gerade Schluck auf. Ah. Verdammte Axt. Die Piraten kommen. Vielleicht können wir noch kurz handeln. Ah, hier wäre noch so ein kleines. Mal gucken. Hm. Die würden uns verkaufen. Die auch für 59. Für 57. Vielleicht können wir noch wenigstens schnell handeln. Wir können maximal 10 kaufen. Irgendwas geben. Man muss so machen. Ein bisschen was von Hyperion abgehen. Da bekommen wir wenigstens noch ein bisschen Geld. Oder wollen wir es mit Carbon nehmen? Ne, Carbon eigentlich nicht. Und die Ängsten auch hier. Weil dann haben wir bekommen nämlich 4468. Was machen wir? In der Hoffnung, dass es schnell vonstatten geht. Ansonsten haben wir ein Problem. Die Zeit läuft gegen uns. Wir sind da. Und verschwinden auch sofort wieder. Springen. Wir sind da. Wir werden in der Nähe von Liquid. Das sind hier 3 Schiffe und Piraten. wir machen aber einen abflug dass wir den piraten ist uns zu heikel wir springen ich meine wir haben jetzt ein bisschen wasser da wir könnten jetzt sicher wir können uns hier noch mal ein zwei schiffe anschauen vielleicht können wir auch hier noch mal handeln auch noch mal zehn nehmen dann kaufen wir uns einfach ein bisschen was auf vorrat nehmen dafür noch wir haben insgesamt schon zehn dass wir immer nur zehn nehmen dürfen ich dachte mit zehn wasser und noch mal ein bisschen hier fahren und davon nochmal accept dann machen wir das so ok den handel haben wir jetzt dann nehmen wir halt noch ein bisschen hier von den energie zahlen so ich hoffe ihr könnt bis morgen warten oder fliegt schon so los anscheinend also wasser haben wir jetzt wieder ein bisschen das heißt wir könnten jetzt theoretisch wie gesagt ein bisschen auf alienjagd gehen das ding muss repariert werden so wie es aussieht ja wohl und wir haben alles und wir fliegen hier sind die piraten der brie vor schlangen die heute hinten hin die piraten hauen jetzt ab wollen wir wollen wir das wagen die wagen ist einfach okay die fliegen weiter sehr schön ich bin mal gespannt was ist jetzt hier erwartet für ein schiff ein kleines ok die bleiben können wir noch was gebrauchen okay das ist jetzt zum heute das in systems okay weil wir jetzt die schritten da weg genommen haben nein okay das ist jetzt halt so gucken wir mal hier noch mal rein so doch können wir an ah und da steht jetzt alle erst wie viel hier gleich mehr feuer hier sind aber einige so ist vorspulen es liegt hier noch data ok nehmen wir alles dafür auch gut würde ich jetzt nicht nehmen haben wir wasser haben wir jetzt auch nehmen wir das alles hier gut gut war auch die folge wir sind am ende angelangt ich hoffe euch hat es gefallen und würde mich freuen wir uns in der nächsten folge wieder sehen bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen es lasst euch gut gehen macht es besser aus eurer zeit sehen wir nächstes mal wieder maske bis zum nächsten Mal